. 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 Miros, was heißt das dann, da ich gesund bin? Vielleicht. Aber v.a. heißt das, dass da unser Handy-Akku wieder früh ist. Naja, ich brauch heute noch eine kleine Stuhlprobe von Ihnen. Und den Rest bringen Sie bitte schön an in unseren Garten Biogasernag. Wir sind schließlich die erste klimahedrale Arztpraxis der Welt. Ja, komm mir raus. Miroschaun. Bis zum nächsten Mal.